... deswegen seinen Sinn, weil der Roman im 19. Jahrhundert entstanden ist von einem französischen Autor. Wir haben das große Glück, dass wir zwei der Hauptdarsteller bei uns haben von der Hamburger Erstaufführung oder Erstbesetzung. Das Musical ist ja ein riesengroßer Erfolg. Es läuft bereits fast drei Jahre und irgendwann Mitte April wird dort der zweimillionste Besucher begrüßt. Exklusiv für Sie und für uns. Ich habe es auch noch nicht gesehen, deswegen sage ich jetzt schon vorher Tschüss. Und freue mich, wenn Sie morgen wieder bei uns sind. Halten Sie uns auch die letzten beiden Messetage noch ein bisschen die Treue, damit wir noch durchhalten. Also, schönen Abend und wenn Sie mögen, bis morgen. Und jetzt Bühne frei. Tschüss. Nun bist du geborgen, die Nacht schon halb verrinnt, Denn ich will dich bewahren, vor Ängsten und Gefahren. Folg mir in den Morgen, ein neuer Tag beginnt. Und ich will für dich da sein, dich führen und dir nah sein. Hör mich wieder ohne Angst zu leben. Före mich aus meiner Einsamkeit. Gib mir Wärme, um mir Mut zu geben. Lass mich wieder frei sein, beschütz mich vor dem Graun. Nur du kannst mich bewahren, vor Ängsten und Gefahren. Ich will dir helfen, ohne Angst zu leben. Ich führe dich aus, deine Einsamkeit. Meine Liebe wird dir Wärme geben. Liebst du mich, dann geh den Weg mit mir, Christine. Mehr will ich nicht von dir. Gib mir Wärme, um mir Mut zu geben. Wenn es dunkel wird bleiben.